Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Nein, ihr habt euch nicht verhört. Über acht Jahre lang war die Cannstatt Study Hour unser wesentliches Programm, unser ältestes Programm. Nachdem wir aber jetzt nicht mehr im Studio in Bad Cannstatt sind, haben wir uns entschlossen, es umzubenennen in Christ Study Hour. Denn Jesus Christus ist die Hauptperson in unserem Leben und in allem, was wir tun hier bei Joel Media. Und die künftigen Programme, mit denen wir uns weiterhin dem Bibelstudium aus verschiedenen Facetten und Aspekten widmen wollen, werden diesen Titel tragen, um deutlich zu machen, dass es bei all dem um Jesus Christus gehen soll. Und was wäre besser, als diese neue Änderung des Namens mit einem Bibelstudium über Jesaja zu beginnen? In diesem neuen Quartal, in den Monaten Januar, Februar und März, wollen wir uns insbesondere mit dem Buch Jesaja beschäftigen. Es ist nicht nur physisch ein Zentrum, das Zentrum der Bibel, sondern es enthält unfassbar viel über Jesus, über seine Person, über seinen Charakter, über seine Mission, über das Evangelium. Und wir wollen es in diesem Quartal so handhaben, wie schon einige Male zuvor. Wir wollen eine Spezialserie anbieten, in der wir uns nicht ganz streng an das, wie sonst üblich, an das Lektionsheft halten, wo einige sehr wichtige, entscheidende Kapitel und Abschnitte behandelt werden. Nein, wir wollen in dieser Zusatzserie sozusagen das gesamte Buch Jesaja im Überblick studieren. Wir werden nicht die Zeit haben, jeden einzelnen Vers genau in der Tiefe zu ergründen. Dazu gibt es ein sehr umfangreiches Sendemanuskript heute mit über 30 Seiten für diese Sendung, wo ihr jeden einzelnen Vers genauer nachschauen könnt, wo ihr Parallelfersen findet, viele Ellen White-Zitate auf Deutsch aus den bekannten Büchern und auch auf Englisch aus einigen weniger gut bekannten oder schwerer zugänglichen Büchern und Veröffentlichungen, damit ihr die Gelegenheit habt, euch auch für einzelne Themen besser oder genauer zu interessieren und diese dann im eigenen Studium zu Hause zu studieren. In dieser Spezialserie wollen wir uns auf drei Dinge konzentrieren. Wir wollen zunächst einmal schauen, was sagt Jesaja über Jesus Christus, denn das ist ja die Christ-Study-Hour. Und dann wollen wir sehen, was sind die historischen Hintergründe. Wir wollen uns anschauen, was war damals los im Folge Gottes. Wo gibt es vielleicht auch Parallelen oder Anknüpfungspunkte an andere bekannte historische Ereignisse, um die Zeit und die Hintergründe dieses Buches besser zu verstehen. Und dann wollen wir drittens uns insbesondere auch fragen, was haben diese Kapitel heute uns zu sagen. Welche Abschnitte sind besonders für die letzte Zeit vor der Wiederkunft von besonderem prophetischen Interesse. Heute wollen wir uns die ersten fünf Kapitel von Jesaja anschauen. Und bevor wir das tun, möchten wir Gott einladen, mit seinem Heiligen Geist unser Denken zu leiten und unser Lehrer zu sein. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für das Buch Jesaja. Was für ein gigantischer Schatz. Welche tiefen Wahrheiten und wunderbaren Verheißungen sind dort nicht alles enthalten. Und wir möchten dich bitten, dass wenn wir uns jetzt Woche für Woche mit diesem Buch beschäftigen, wenn wir es besser kennenlernen, die großen Linien des Denkens in Jesaja nachvollziehen, dann möchten wir dich bitten, dass du unser Lehrer bist, dass wir von deinem Geist erfüllt werden, dass wir verstehen, was dieses Buch uns persönlich, mir persönlich und jedem Einzelnen, der jetzt zuschaut, sagen möchte. Herr, sprich du durch dein Wort zu uns und gib, dass die Kraft des Evangeliums, die in diesem Wort enthalten ist, in unserem Leben sich entfaltet. Das bitten wir im Namen Jesu, um den es gehen soll. Amen. Jesaja Kapitel 1 Vers 1 Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Judah und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usias, Jothams, Ahas und Hiskias, der Könige von Judah. Jesaja Jeschaiahu heißt, der Herr rettet. Und genau das ist das Fanal dieses Buches. Es geht um den Herrn, es geht um unseren Herrn, um Gott, um Jesus Christus und es geht um seine Rettung. Jesaja war ein Prophet des Südreiches. Das macht dieser erste Vers sehr deutlich. Er spricht für Judah und für die Hauptstadt Jerusalem. Zeitgenössische Propheten seiner Zeit waren Hosea, der im Nordreich wirkte und Micha, der in beiden Teilen wirkte. Gerade mit Micha gibt es sehr, sehr viele Verbindungen und ähnliche Details. Wir werden hier aus Zeitgenösser nicht bei jedem Vers sagen können, wo auch Jesaja oder Hosea dasselbe sagen. Ihr könnt es im Sendemanuskript dann selbst nachvollziehen. Die Zeit, in der Jesaja gewirkt hat, war eine sehr bewegte. Wir werden es im Laufe der Wochen noch sehen. Die Königsnamen geben uns einen Zeitrahmen, der ungefähr ab 740 oder kurz davor vor Christus bis Anfang des 7. Jahrhunderts, also mindestens 40 Jahre, vielleicht sogar 50. Ungefähr in dieser Zeit hat Jesaja gewirkt. Einige Jahrzehnte, die sehr bedeutungsschwanger waren für die Geschichte Israels, in der etliches passiert ist, wir werden es im Laufe der Zeit sehen, und die auch von wechselnden Königen geprägt war. Usia war eigentlich ein guter König, auch Jotham noch, aber Ahazdan war ein schlimmer, böser König. Unter Hiskir gab es dann wieder eine Erweckung. Wir werden sehen, wie das sich alles auf Jesaja auch ausgewirkt hat. Schauen wir in Vers 2. Hier bezieht sich Jesaja von Anfang an auf das fünfte Buch Mose. Dort hatte Gott dem Volk Israel den Segen und den Fluch vorgelegt und Himmel und Erde als Zeugen angerufen. Und die werden jetzt hier sozusagen reaktiviert. Ungefähr 600 Jahre später wird darauf Bezug genommen, dass dieser Bund gebrochen worden ist. Denn Gott sagt, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Sie aber sind von mir abgefallen. Es geht um die beiden Dinge, dass Gott sich um das Volk Israel gekümmert hat und dass sie abgefallen sind. Eine Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Jedes Tier weiß, wer ihm Gutes tut. Aber offensichtlich hat Israel das völlig vergessen. Es gibt den berühmten Vers bei Hosea. Das Volk Gottes kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Vers 4. Der Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Ganz besonders konkret sichtbar war das in der Regierungszeit unter König Ahas. Und Gott hat versucht, durch verschiedene Möglichkeiten die Israeliten zur Umkehr zu bringen. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Die Botschaft, mit der Jesaja hier annebt, ist eine extrem ernste. Denn Gott hat schon viel versucht und es hat nichts gefruchtet. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Dem Land, dem Volk geht es dreckig, schlecht. Und zwar nicht nur geistlich, sondern die Folgen sind sehr deutlich spürbar. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Hier werden die Verse vorher ganz konkret ausgelegt. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Und die Tochter Zion, das ist ein Bild für die Stadt Jerusalem, ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Dreifach wird beschrieben, dass nur noch ein kleiner Überrest vorhanden ist. Es wäre interessant zu wissen, zu welcher Zeit, in diesem langen Zeitraum von ungefähr 40, 50 Jahren, Jesaja diese Dinge hier zum ersten Mal gesehen und aufgeschrieben hat. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass hier möglicherweise diese Worte entstanden sind unter dem Eindruck der Belagung Jerusalems später. Aber das wäre letztendlich Spekulation. Das können wir nicht genau bestimmen. Es ist nicht notwendigerweise so, dass das erste Kapitel auch das erste gewesen ist, das er gesehen hat. Vielleicht sind hier auch einige grundlegende Ideen des gesamten Buches zusammengefasst, die wir gleich noch sehen werden. Vers 9. Hätte uns der Herr der Herrscher nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom gleich wie Gomorra geworden. Sodom und Gomorra waren sprichwörtlich für ihre Sünde und natürlich für den Untergang, den sie erlebt haben, wie man ja in 1. Mose 18 und 19 ganz deutlich sehen kann. Hier finden wir die Idee der Übrigen, des Überrestes. Diese Idee wird noch in den nächsten Kapiteln aufgegriffen werden. Aber zunächst einmal kommt eine ganz dramatische Wendung nach dieser sehr düsteren Beschreibung des dramatischen Zustands. Und wo Jesaja sagt, wir wären beinahe wie Sodom und Gomorra gewesen und es gab ja Situationen in der Geschichte Israels, wo man sogar schlimmere Sünden begangen hatte als Sodom und Gomorra, wendet sich die Perspektive und Jesaja spricht ausgerechnet die Leiter Israels als Sodomiten an. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Eine schlimmere Identifikation kann es nicht geben als mit Sodom und Gomorra. Sie sollen das Gesetz, die Tora, die Weisung Gottes doch endlich hören. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Wittern und des Fettes der Mastkalber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Hier sind also Menschen, die offensichtlich Gott opfern, die die richtigen Opfer bringen. Denn Brandopfer und diese ganzen Tiere, ihre Mastkalber, Jungstiere, Lämmer, Böcke, sie alle kommen ja vor in 3. Mose und 4. Mose, in den entsprechenden Gesetzen. Aber Gott verlangt nicht zuallererst Opfer. Es gibt etwas, was ihm wichtiger ist, nämlich ein reumütiges Herz. David hat davon gesprochen im Psalm 51. Und auch Samuel, den 1. Samuel 15, als er sagte, Gehorsam ist besser als Opfer. Denn das Opfer eines Gottlosen ist Gott ein Gräuel. So sagt es Sprüche 15, Vers 8. Und auch hier nur als Beispiel finden wir bei Micha und Amos genau dieselben Ideen. Vers 12. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Das ist interessant, denn wir finden Offenbarung 11 in Vers 2. Die Idee des Zertretens des Vorhofes, wo 1260 Jahre, also die Zeit des Papsttums im Mittelalter, der Vorhof zertreten wird, wo offensichtlich genau das geschieht. Wo zwar äußerlich Opfer gebracht werden, aber eine Gottlosigkeit im Inneren vor sich geht. Und insofern ist also Gesai 1, Vers 12 möglicherweise ein sehr interessanter, wichtiger Schlüssel, um die entsprechende Stellenoffenbarung besser zu verstehen. Gott fragt, warum tut ihr das? Bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer. Räucherwerk ist mehr ein Gräuel. Neumond und Sabbat, Versammlung halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. All die Opfer und all die Festsabbat und all die Zeremonien und all die Gottesdienste sind Gott ein Gräuel, wenn sie mit Frevel verbunden sind. Auch Jesus hat die wertlose Anbetung getadelt, wenn sie mit dem gleichzeitigen Brechen der Gebote Gottes verbunden ist. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Sehr deutlich, grafisch sozusagen fast. Sehr eindrücklich schildert Gott hier, dass er keinen Gefallen hat an rein formalem Gottesdienst. Was damals gilt, gilt heute noch genauso. Wenn wir uns wie Menschen in Sodom und Gomorra benehmen, aber dann Gottesdienst feiern, dann hat Gott keine Lust darauf. Er ist müde, so etwas zu ertragen. Er will das gar nicht haben. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, also zum Gebet, denn das war die übliche Gebetshaltung im Alten Orient, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, also weder die Haltung noch die Länge des Gebetes macht einen Unterschied, höre ich doch nicht. Und jetzt kommt die Begründung, denn eure Hände sind voll Blut. Praktizierte Sünde, an der man festhält, verhindert die Gebetserhöhung. Auch Micha sagt zeitgleich in Micha 3, Abvers 3 bis 11, ganz genau dasselbe. Stattdessen möchte Gott, dass das Herz sich verändert. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Hier ist ein Volk, das äußerlich Gott dient, das regelmäßig zu den richtigen Zeiten in den Gottesdienst kommt, das all die richtigen Opfer bringt, aber im Herzen Böses tut. Und Gott ruft sie auf, reinigt euer Herz. Wascht euer Herz rein. So ruft später auch Jeremia dem Volk zu, Jahrzehnte später. Das Böse soll abgelegt werden. So sagt es im Neuen Testament der Petrus und auch der Paulus im Epheserbrief. Jakobus sagt, wir sollen unsere Herzen, unsere Hände reinigen. Wir sollen aufhören, Böses zu tun. So steht es an vielen Stellen, die überwinden dann Offenbarung 7. Die haben diesen Aufruf beherzigt. Derselbe Aufruf wird jetzt noch einmal von der anderen Seite betrachtet. Nämlich nicht nur sollen wir aufhören, Böses zu tun, sondern auch Gutes tun. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der weise Recht, führt den Rechtsstreit der Witwe. Das waren keine neuen Formulierungen. Diese Ideen finden sich schon in den Psalmen, in Psalm 82 oder in den Sprüchen. Es ist dieselbe Idee, die Daniel dem Nebukadnezar gibt, als er diesem den Traum in Daniel 4 deutet. Denn jede echte Bekehrung, jede echte Waschung des Herzens zeigt sich in guter Frucht. Und so ruft Gott das Volk auf. Die Einladung des Evangeliums ruft sie zu ihm. Denn trotz der dramatischen Lage ist das Evangelium immer noch präsent. Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden, lieber Freund, liebe Freundin, egal wer du bist. Es reicht nicht aus, wenn du das Richtige weißt und am richtigen Tag auf die richtige Art und Weise betest und gottesdienstliche Übungen abhältst. Das Herz muss sich verändern, das Herz muss gewaschen werden. Und Gott weiß, dass wir das nicht alleine tun können. Wir können uns nicht selbst reinigen, um dann zu ihm zu kommen. Er sagt, komm doch, komm zu mir. Egal wie tief du gefallen bist, egal wie schlimm deine Sünde ist, egal wie rot sie ist, Gott macht sie weiß und zwar weißer als Schnee. Dieses Wort rechten wird in 1. Mose 6 verwendet für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt an unseren Herzen. Er wirkt auch damals zur Zeit von Jesaja, obwohl das Volk so weit abgefallen war. Auch heute wirkt er in deinem und in meinem Leben. Die Einladung kommt zu uns. Michael hatte zeitgleich davon gesprochen, dass Gott ein außergewöhnlicher Gott ist, der einzige Gott. Ein außergewöhnlicher Gott, der Sünde und Schuld vergibt, der unsere Missetat bezwingt, der sie in die Tiefen des Meeres wirft. Römer 5, Vers 20 sagt er, es gibt mehr Gnade als Sünde. Diese Vergebung geschieht durch das Blut Jesu, so sagt es Epheser 1, Vers 7. Seid ihr willig, Vers 19, und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wer zu Gott kommt, wer zu Jesus kommt und die Vergebung, die Jesus anbietet, in Anspruch nimmt, der wird dann willig gehorsam sein. Die Vergebung, die Erlösung von Vers 18 macht den Gehorsam in Vers 19 möglich. Er beweist, dass die Vergebung in Vers 18 angenommen worden ist, denn Gehorsam und Segen hängen immer eng zusammen. Sie sind direkt miteinander verbunden, so haben es ja schon 3. Mose 26 und 5. Mose 28 deutlich gemacht. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Die Israeliten hatten die Wahl, zu Gott kommen, Vergebung zu halten und dann gehorsam sein zu können oder die Einladung des Evangeliums abzulehnen und widerspenstig zu sein. Und dann würde das Schwert kommen. Dann würde das Gericht Gottes in Form von Krieg über sich hereinbrechen. Und wir werden noch sehen heute, wie das Jesaja vorhersagt. Vers 21. Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnt in ihr. Nun aber Mörder. Es geht jetzt ganz besonders um Jerusalem. Der Abfall wird beschrieben. Es war die Stadt Gottes. Und es gab Zeiten, da herrschte Recht zur Zeit von David. Und dann auch nochmal war es die Bemühung von Jussaphat, dort Recht zu schaffen. Wir wissen später von Jesus, dass ausgehendet in Jerusalem viele Propheten getötet worden sind. Die treue Stadt war abgefallen. Dein Silber ist zu schlacken geworden. Dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht. Der geistliche Zustand hatte sich verschlechtert. Jerusalem hat seinen Wert verloren. Und jetzt kommt die konkrete Auslegung dessen, was vorher bildlich angedeutet ist in Vers 21 und 22. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebstgesellen. Sie alle lieben Bestechung und jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht recht. Und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Das ist ja genau das, was Gott gefordert hatte. In Vers 17, was sie tun sollten, genau das tut insbesondere die Führung des Volkes Israel nicht. Und deswegen ja auch schon die Anrede in Vers 10. Ihr Fürsten von Sodom, du Volk von Gomorra. Dieselbe Botschaft, wie gesagt, bei Micha 3. Dasselbe hatte Hosea schon auch für das Nordreich gesagt, dass die Fürsten alle Abtrünnige sind. Und in der Zeit von Joas waren insbesondere die Fürsten, die Obersten, die Eliten, diejenigen, die die Schlüsselrolle gespielt haben, das Volk wieder in den Abfall zu bringen. Bestechungsgeschenke waren nach dem Gesetz Mose verboten. Und trotzdem waren sie an der Tagesordnung. Man hat nicht unabhängig und unparteiisch entschieden, sondern nach Vetternwirtschaft und Menschen bevorzugt vor anderen. Vers 24, darum spricht der Herr, der spricht der Herrscher. Darum spricht der Herrscher, der eigentliche König. Der, der eigentlich über Israel regieren möchte und sollte eigentlich. Der Herr der Herrscher, der Herr der Herrscher, der mächtige Israels. Wehe, ich will mir genug Tuung verschaffen von meinen Feinden und mich rechnen an meinen Widersachern. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen, wie mit Laugensalz und all dein Blei wegschaffen. Das ist ein Bild für das Läutern, wie es auch zum Beispiel später von Malachi 3 beschrieben wird. Gott will alles Schlechte hinwegnehmen. Er will seine Hand ausstrecken, um all das, was an Abfallerscheinungen und im Sinne von geistlichem Abfall im Volk Gottes vorhanden ist. Das will er herausschmelzen, herausbringen. Vers 26, und das ist sehr wichtig. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren. Und deine Ratsherren, wie am Anfang, danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt Gottes Gericht, zielt nicht auf die Vernichtung, sondern auf die Wiederherstellung. Gott will all den Abfall ausscheiden, aber nicht sein Volk völlig verwerfen. Und hier ist eine wichtige Lehre für uns, wenn wir in unserer Zeit, auch in unserer Gemeinde, Dinge sehen, die uns zutiefst betrüben. Dinge, die uns verzweifeln lassen vielleicht. Gottes Gericht ist dazu da, um die Stadt, die einmal gerecht gewesen ist, wiederherzustellen. Gottes Ziel ist Wiederherstellung und nicht Vernichtung. Endgültig wird sich das erfüllen, wenn einmal das neue Jerusalem mit all den wiederhergestellten Gläubigen bevölkert wird auf der neuen Erde. Vers 27. Zion wird durch Recht, andere übersetzen auch durch Gericht, erlöst werden. Und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Hier kommt jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, der später aufgegriffen wird in der Bibel immer wieder, dass die Erlösung des Volkes Israels an Gericht und Gerechtigkeit gebunden ist. Denn Daniel 9 sagt, dass wenn der Messias kommt, eine ewige Gerechtigkeit eingeführt wird. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, dass in dem Evangelium sich die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Denn der Tod Jesu beweist, dass Gottes Erlösungsplan absolut gerecht ist. Und als er am Kreuz hing, er ging ja das Gericht mit den Fürsten der Welt. Aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander und die den Herrn verlassen, kommen um. Wer das Erlösungsangebot abweist, der kann nur noch Unheil und Tod erwarten. Die Bibel sagt in Psalm 1, Vers 6, dass der Weg der Gottlosen ins Verderben führt und am Ende zu einer endgültigen Vernichtung führt. Gott möchte Israel erlösen. Er möchte sein Volk erlösen durch Recht und durch Gerechtigkeit. Wenn er erlöst, dann tut er alles, was er kann. In seinem Erlösungsplan ist der sündlose Jesus zur Sünde gemacht worden, sodass Gott gleichzeitig gerecht sein kann und uns rechtfertigen kann. Wer das ablehnt, für den kann Gott nichts mehr tun. Denn sie werden zu Schanden werden wegen der Terebinden, an denen ihr Lust hattet. Und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinde, deren Laub verwelkt ist und wie ein Garten, der ohne Wasser ist. Hier wird Bezug genommen auf die Praxis Gottesdienst in geweihten Baumhäinen durchzuführen. Der Garten ohne Wasser ist ein Symbol für eine verschmachtende Seele. Und dann heißt es, und der Starke wird zum Werk und sein Tun zum Funken. Und beide werden miteinander brennen, sodass niemand löschen kann. Das Verbrennen der Gottlosen ist die endgültige Strafe für die Rebellion. Wir sehen das in Malachi, in Matthäus, in Offenbarung 14 und natürlich in Offenbarung 20. Und jetzt finden wir eine ganz neue Vision hier in Kapitel 2, Vers 1. Ein neuer Abschnitt. Eine Vision, die sich in dieser Form fast identisch, fast wörtlich genauso auch in Micha Kapitel 4 wiederfindet. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Judah und Jerusalem schaute. Ja, es wird geschehen. Am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird er haben sein über alle Höhen und alle Heiden. Werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Faden wandeln. Denn von Zion wird das gerecht ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird recht sprechen zwischen den Heiden und vielen Völkern zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Spiere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Und hier ist jetzt die Jesaja-Fassung etwas kürzer als in Micha. Kommo Haus Jakobs. Und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Inmitten dieses dramatischen Appells von Jesaja an das Volk sehen wir diese herrliche Zukunftsvision eines wiederhergestellten Berg Zions. Eine Vision für die Zukunft, für das Ende der Tage. Eine Formulierung, wie wir auch in Daniel so ähnlich finden. Der Berg des Hauses des Herrn, das ist Zion. Das ist dort, wo der Tempel ist. Jesaja sagt, Gottes Plan ist, dass die Heiden allesamt das Evangelium kennenlernen, dass sie den wahren Gott kennenlernen, dass die Heiden sich zu Israel bekehren, dass sie zum Tempel kommen, dass sie sich für die Schriften der Bibel interessieren, dass sie von Gott gelehrt werden wollen. Und tatsächlich wird dann im Neuen Testament Jerusalem zum Ausgangspunkt für die Erfüllung dieser Prophezeiung, obwohl sie sich dann nicht mehr so wörtlich erfüllen kann, weil Israel dann Jesus abgelehnt haben wird. Aber in Offenbarung 14 sehen wir die 144.000 in Vers 1 auf dem symbolischen Berg Zion stehen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, diese Prophezeiung auch dann geistlich in die Endzeit, an das Ende der Tage zu übernehmen. Und wir sehen in Jesaja 40 später in Vers 9 durch einen Parallelismus, dass dieser hohe Berg der laute Ruf ist, die Verkündigung des Evangeliums mit Macht, mit Vollmacht. Was hier beschrieben wird, ist, dass die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit über Gottes Charakter, die Wahrheit über ihn und sein Wort einmal so klar und so deutlich verkündet wird, dass dieser Berg, seine Heiligtumswahrheit deutlicher zu sehen wird als alle anderen Theorien und dass aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen Menschen sagen werden, da ist die Wahrheit, das ist das Volk Gottes. Dort wollen wir hingehen. Deswegen mögen du und ich Teil dieser Bewegung sein, die hier in Jesaja 2 beschrieben wird. Interessant ist ein Vergleich dieser Vision von Jesaja 2 und Micha 4 mit einer anderen Vision, die wir in Joel 3 finden. Wir haben übrigens dazu auch einige Predigten auf Joel Media, eine Serie über das Buch Joel, wo wir auch darauf dann spezifischer eingehen. Im Sendemanuskript habt ihr hier unter Jesaja 2, Vers 4 eine Gegenüberstellung. In Joel 3 kommen die Heiden nach Jerusalem und in Jesaja kommen die Heiden nach Jerusalem. Aber in Joel 3 wollen sie Krieg führen. Hier wollen die Menschen Gott kennenlernen. In Joel 3 werden Flugscharen zu Schwertern umgeschmiedet. Hier werden Schwerter zu Flugscharen gemacht. In beiden Fällen gibt es ein Gericht über die Völker und das zeigt uns, dass Joel 3 und Jesaja 2 und Micha 4 zwei Seiten einer Medaille sind. In der Endzeit wird es zwei große Bewegungen geben. Die Heiden werden das Volk Gottes sehen und die einen werden kommen, um das Wort Gottes zu erfahren. Sie werden den Frieden Gottes in Anspruch nehmen. Sie werden Schwerter zu Flugscharen schmieden. Die anderen werden genau das Gegenteil machen. Sie werden Flugscharen zu Schwertern schmieden. Sie werden kommen, um das Volk Gottes anzugreifen. Zwei Bewegungen, eine, die sich zu Gott bekehrt, sein Wort studiert, zu seinem Tempel, dem himmlischen Tempel betet, sein Gesetz hält. Das sind die Friedfertigen, die Frieden mit Gott gemacht haben. Und die andere Bewegung, die gegen Gott Krieg führt, wie es in Offenbarung 17 und 16 beschrieben wird, die deswegen das Volk Gottes angreift, wie es in Offenbarung 13 beschrieben wird. Und die Gläubigen stehen ja dort in Offenbarung 14, Vers 1, auf dem Berg Zion. Also was Jesaja sagen möchte, diese Stadt, die so abgefallen ist, dass man sie als Sodom und Gomorra bezeichnen könnte, die wird durch das Gericht Gottes so gereinigt und so wiederhergestellt, dass sie den lauten Ruf gibt. Was für eine positive und ermutigende Botschaft für unsere Zeit. Das Gericht Gottes, das seit 1844 tagt, will auch seine Gemeinde reinigen und wiederherstellen. Lasst uns also, wie es hier Jakob sagt, kommt. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Denn wenn wir im Licht Gottes wandeln, bewirkt das Gemeinschaft untereinander, nämlich Einheit im Glauben und in der Wahrheit und Reinigung von den Sünden durch das Blut Jesu. Vers 6. Denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs. Denn voll morgenländischer Zauberei sind sie und Zeichendeuter wie die Philister und sie haben sich mit dem fremden Gesindel verbündet. Entweder ist dieses Denn die Begründung, warum das Haus Jakobs endlich auf die Seite Gottes kommen soll oder möglicherweise schließt es wieder an Vers 31 von Kapitel 1 an mit Kapitel 2 Vers 1 bis 5 sozusagen als ein Einschub. Das könnte man diskutieren. Das ist hier nicht die Zeit und auch nicht so wichtig. Aber hier wird jetzt wieder der Zustand des Volkes beschrieben. Die morgenländische Zauberei. Das ist all das Mesopotamische, das Babylonische, das als Kultureinzug hält hier in Israel. Und die Parallelen zu unserer Zeit mit dem neudseitlichen Babylon sind offensichtlich. Die Philister waren im Gegenzug aus dem Westen und auch sie hatten Zeichendeuterei hier dem Volk beigebracht, die ausdrücklich verboten war in 5. Mose 18. Aber noch mehr läuft schief. Ihr Land ist voll Silber und Gold und ihrer Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll von Rossen und ihrer Wagen ist kein Ende. Das hatte Gott direkt verhindern wollen im Königsgesetz in 5. Mose 17. Pferden und Waage sind militärische Machtmittel. Die Gläubigen hätten lieber ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Auch ist ihr Land voll Götzen. Das Werk ihrer Hände beten sie an und das, was ihre Finger gemacht haben. Und wir haben hier im Sendemanuskript einige Stellen, wo dieser Götzendienst auch für diese Zeit belegt ist. Auch unter Jotham, der ein guter König war, handelte das Volk noch verderblich. Und Ahas hat dann den Götzendienst schlimm vorangetrieben. Vers 9. Da beugt sich der Mensch vor den Götzen. Da erniedrigt sich der Mann. Deshalb vergibt es ihnen nichts. Und dann kommt jetzt aufgrund der Situation eine Beschreibung des Gerichtes Gottes. Eine Beschreibung des Tags des Herrn. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Wir denken unwillkürlich an Offenbarung 6, wo sich das buchstäblich erfüllen wird. Und das Ganze basiert eigentlich auf einem Text in Hosea 10, Vers 8. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt. Und der Hochmut der Menschen wird gebeugt werden. Der Herr aber wird alleine haben sein an jenem Tag. Diese Formulierung wird wiederkehren. Denn an jenem Tag ist der Tag des Herrn, wenn Gott allen Stolz erniedrigt. Das sind jetzt Prophezeiungen auf die Wiederkunft. Auf den Tag, wo all das, was sich gegen Gott erhebt, erniedrigt werden wird. Vers 12. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn. Der Herr schaue über alle Stolze und Hohen, über alles Erhabene. Und es wird erniedrigt werden. Wir wissen aus Jesaja 14, werden wir später noch darauf kommen, dass der Stolz der Anfang aller Sünde war, schon im Himmel. Dieser Tag des Herrn wird zeitgleich auch von Amos angekündigt. Und wir lesen jetzt einige metaphorische Beispiele für diesen Stolz. Denn es kommt, Verzeihung, Vers 13. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Baschans, diese berühmten großen Bäume, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsischschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Das Hebräische müsste eigentlich besser übersetzt werden mit Luxusschiffen. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemültigt werden. Der Herr aber wird alleine haben sein an jenem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn Gott in Herrlichkeit erscheint, wenn der Tag des Herrn dann Realität wird, dann wird aller Stolz erniedrigt werden und Gott allein wird gerecht sein. Das wird nochmal betont. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemültigt werden. Der Herr aber wird alleine haben sein an jenem Tag und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Das bezieht sich auf Vers 9. Und dann wird sich in Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht von dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu erschrecken. Wir sehen also, wie das hier wiederholt wird, um die Bedeutung deutlich zu machen. Wenn in der Bibel Verse und Gedanken wiederholt werden, dann deswegen, weil sie unterstrichen werden soll. An jedem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen, seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen. Dann wird alles, von dem wir dachten, dass es so wichtig ist, dass wir Gottes Gebote deswegen übertreten können, alles wertlos sein. Die Wiederkunft wird zeigen, was wirklich wichtig ist. Und weil dieser Tag kommt, ergeht ja vorher die Einladung Gottes in Vers 18, dass wir unsere Sünden reinwaschen können. Die Menschen werden ihre selbstgemachten Götzen wegwerfen, Vers 21, um sich zu verkriechen in die Feldspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. Hier sehen wir also ganz deutlich, diese ständigen Wiederholungen des Gedankens, einmal des Gedankens des Götzendienstes und dass der Tag des Herrn so herrlich sein wird, dass die Menschen sich verkriechen werden. Dass das dem Jesaja sehr, sehr wichtig war. Es sollte uns sehr, sehr wichtig sein, die wir uns Adventisten nennen. Das, was hier beschrieben steht, wird sich buchstäblich erfüllen. Der Tag des Herrn wird kommen und alles, was stolz ist, wird erniedrigt werden. Denn alles, was wir jetzt für wichtig erachten, wird dann, also menschlich, materiell, aus weltlicher Perspektive für wichtig erachten, wird dann seinen Wert verlieren. Bist du bereit auf jeden Tag oder wirst du zu denen gehören, die dann zu den Bergen sagen, fallt auf uns und bedeckt uns. Der nächste Vers gehört eigentlich schon zu Kapitel 3, ein neues Thema. Schließlich an, obwohl es natürlich mit dem anderen damit verknüpft ist. So lasst nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat, denn wofür ist er zu achten? Die Menschen in Israel sollen sich nicht auf Menschen verlassen. Denn, wie wir jetzt sehen werden, das Gericht Gottes ergeht über die Führer des Volkes. Es gibt eine Führungskrise. Denn siehe, der Herrscher, der Herr, der Herrscher nimmt von Jerusalem und Judas Stab und Stütze weg. Jede Stütze an Brot und jede Stütze an Wasser, den Helden und den Kriegsmann, den Richter und den Propheten, den Wahrsager und den Ältesten, den Obersten über 50 und den Hochangesehenen, den Ratgeber samt dem Meister in Künsten und den Zauberkundigen. Das waren diejenigen, auf die man gehofft hatte, auf die man sich gestützt hatte. Sie würden alle das Volk enttäuschen. Und ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben. Und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und die Leute werden sich gegenseitig bedrängen. Einer den anderen, jeder sein Nächsten. Der Junge wird frech auftreten gegen den Alten. Und der Verachtete gegen den Vornehmen. Die ganze Gesellschaftsordnung wird auf den Kopf gestellt. Wenn einer dann seinen Bruder im Haus seines Vaters festhalten wird und sagt, du hast einen Mantel, sei unser Oberhaupt. Und dieser Trümmerhaufen sei unter deiner Hand. So wird er an jedem Tag schwören und sagen, ich kann nicht Wundarzt sein. Und in meinem Haus ist weder Brot noch Mantel. Macht mich nicht zum Oberhaupt des Volkes. Die Lage wird so katastrophal sein, dass niemand Verantwortung im Volk Gottes übernehmen möchte. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie. Und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomite. Da haben wir wieder diesen Vergleich mit Sodom. Und verbergen sie nicht auch die Sodomite. Haben wir ganz offen angekündigt gegenüber Leuten, was sie tun wollten mit den fremden Männern, die gekommen waren. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Gott weiß, dass wenn wir an Sünde festhalten und Sünde bagatellisieren und auf Sünde gleich stolz sind, dass wir uns selbst nur damit schädigen. Und jetzt kommt ein berühmter Abschnitt. Sagt den Gerechten, dass es ihnen gut gehen wird. Denn sie werden die Furcht ihrer Taten genießen. Wehe dem Gottlosen. Ihm geht es schlecht, denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Wir finden diese Idee immer und immer wieder in verschiedenen Versen. Die Bibel macht sehr deutlich, dass unser Tun letztendlich im Gericht die Entscheidung gibt. Das wird in Prediger 12 deutlich. Das wird in 2. Korinther 5 deutlich. Denen, die Gottesfurcht haben, wird es gut gehen. Denen, die Gott ablehnen, wird es schlecht gehen. Diese Botschaft finden wir in der Bibel immer und immer wieder. Vers 12. Mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen ist. Da gab es ja den tatsächlichen Fall mit der Atalia im Südreich einige Zeit zuvor. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Gott wendet sich also direkt an sein Volk und sagt, vertraut nicht auf die Menschen, von denen ihr denkt, dass sie euch richtig führen. Der Herr tritt auf, um zu rechten und er steht da, um die Völker zu richten. Und hier wird also deutlich, dass das Wort rechten auch Gerichtssprache ist. Wenn also Gott in Kapitel 1, Vers 18 sagt, kommt doch, wir wollen mit einer Rechten, sagt er, ich möchte mit euch Gericht halten und zwar ein Gericht, bei dem ihr gerechtfertigt werden könnt, weil ich selbst die Strafe auf mich genommen habe. So sagt es Jesu. Und jetzt geht ein Gericht seit 1844, wo wir uns von allen Sünden reinigen lassen können, wo alle Sünden getilgt werden. Der Herr, Vers 14, geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit dessen Führern. Ihr habt den Weinberg kahl gefressen, was ihr den Elenden geraubt habt, ist in euren Häusern. Und hier finden wir zum ersten Mal das Bild von Israel als einem Weinberg, wie es auch in Psalm 80 zum Beispiel und an anderen Stellen dann deutlich wird. Vers 15. Warum zertretet ihr mein Volk? Unterdrückt die Person der Elenden, spricht der Herrscher, der Herr der Herrschern. Gleiche Botschaft findet sich auch wieder bei Amos. Und wenn Micha Gott fragt, warum behandelt ihr die Geringen im Volk so schlecht? Und dann kommt ein Abschnitt, der sich ganz besonders an die Frauen im Volk richtet. Ab Vers 16. Und der Herr sprach, weil die Töchter Zions stolz geworden sind und mit emporgerektem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippelnd ein Herz stolzieren und mit ihren Fußstangen klirren. Auch hier ist die Idee des Stolzes wieder ganz entscheidend. Und der Stolz zeigt sich überall in allen Gesellschaftsschichten, in allen Geschlechtern. Überall hat er seine eigene Ausdrucksform und Gott zeigt sozusagen mit der Lupe darauf und zeigt, wo das eigentliche Problem ist. Deshalb, Vers 17, wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Schamen blößen. Das Zeichen der absoluten Schande. An jenem Tag, gemeint ist der Tag des Herrn, wird der Herr die Zierde, der Fußspangen, der Stirnbänder und Halbmonde wegnehmen. Halbmonde waren damals auch ein berühmter Schmuck für Kamele, die wir in den Richtern lesen können. Die Ohrgehänge, die Armspangen, die Schleier, die Kopfbünde, die Schrittfesseln, die Gürtel, die Riechfläschchen und die Amulette, die Fingerringe und die Nasenringe, die Festkleider und die Mäntel, die Überwürfe und die Täschchen, die Handspiegel und die Hemden, die Hüte und die Schleier. Gott ist von Schmuck nicht beeindruckt. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruches gibt es Mode, statt des Gürtels einen Strick, statt der gekräuselten Haare eine Glatze, statt des Punkgewandes einen Kittel aus Sacktuch und ein Brandmal statt der Schönheit. Diese so stolzen Frauen würden in die Gefangenschaft gehen. Und Jahrzehnte später, zur Zeit von Jeremia, hat sich all das dann buchstäblich erfüllt, was wir hier in diesem Kapitel lesen. Deine Männer werden durch das Schwert fallen und deine Helden im Krieg. Ja, Zions Tore werden klagen und trauern und sie wird ausgebündet auf Erden sitzen. Man muss nur ein bisschen in den Klagenieder lesen, vor allem am Anfang und am Ende, um immer wieder direkte Parallelen hier zu diesen Prophezeiungen zu finden, um zu sehen, wie sich das erfüllt hat. Der nächste Vers gehört noch direkt dazu, sollte nicht durch eine Kapitelunterteilung abgetrennt sein. An jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleidung sorgen, weil nämlich so viele Männer getötet worden sind. In Vers 25 zuvor. Lass uns nur deinen Namen tragen. Nimm unsere Schmach weg. Übrigens, hier zeigt sich, dass diese Idee, dein Name ist über uns ausgerufen, Symbol für eine Verantwortung ist. Wenn die Bibel sagt, dass Gottes Name über uns ausgerufen ist, ist das deswegen, weil er die Verantwortung für uns übernimmt. Und inmitten dieses dramatischen Geschehens erscheint plötzlich Hoffnung. An jenem Tag, an demselben Tag, an dem Tag, an dem all das hier zusammenbricht, am Tag des Herrn, an jenem Tag, wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein. Und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die entkommenen Israels sein. Da gibt es einen Spross. Er tritt hier zum ersten Mal auf. Später in Jeremia und in Zacharja wird sehr deutlich, dieser Spross des Herrn ist ein Titel für den Messias. Hier kommt er zum ersten Mal in Jesaja vor. So ganz unscheinbar mit dem Titel Spross. Ein fast unnäckliche Wortwahl, bescheiden wie er ist. Und doch ist er schön und herrlich, denn zu ihm gehören die Übrigen, die entkommenen. Er hat Wahrheit und Gerechtigkeit, denn das ist die Assoziation mit der Frucht. Hier wird das Konzept der Übrigen erneut eingeführt, wie wir es auch schon in Joel 3 finden, die Übrigen auf dem Berg Zion, die gerettet werden. Und das heißt weiterhin Vers 3 über diese Übrigen. Und es wird geschehen, jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem, ein Hinweis auf das Buch des Lebens, das ja schon dem Mose bekannt war, in 2. Mose 32, und das dann in Lukas 10 und Offenbarung 3 erwähnt wird, Offenbarung 20, wo unsere Namen eingeschrieben sind, wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben durch Wasser und Geist, wie Jesus in Johannes 3 deutlich macht. Wenn unser Bürgerrecht im Himmel ist, das ist unser Vorrecht. Vers 4, Achtung, ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen hat und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweg getan hat durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung, wir haben ja gerade von den Töchtern Zions gesprochen, und davon, wie es ihnen schlechter gehen kann oder wird, aber wenn sie die Erlösung annehmen, dann werden sie abgewaschen, dann wird der Schmutz abgewaschen, dann wird die Blutschuld Jerusalems hinweggenommen durch den Geist des Gerichts und der Vertilgung, denn Gott möchte unsere Sünden vertilgen. Erlösung ist ein Gericht, denn als Jesus am Kreuz hing, er ging ein Gericht über diese Welt, über den Fürsten der Welt. Da wurde die Sünde im Fleisch verdammt. Er wurde zur Sünde gemacht und die Sünde wurde gerichtet sozusagen. Dieser Tag des Herrn, wie er beschrieben wird, hat viele Facetten und jeder kann entscheiden, ob er zu denen gehört, die verloren gehen wollen oder die stattdessen in diesem Gericht reingewaschen werden und durch das Blut Jesu zu den Übrigen zählen dürfen. Dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seinen Versammlungen bei Tag eine Wolke und Rauschaffen und den Glanz einer Feuerflamme bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Wolken und Feuer erinnern uns direkt an den Auszug aus Ägypten. Auch das war ja eine Erlösung durch Gericht, denn es war ein Gericht für die Ägypter und eine Erlösung für die Israeliten. Das Schutzdach, dieser Begriff wird in Joel 2 verwendet auch für das, oder verwendet dort für das Brautgemach. Gott möchte sich neu verloben mit seinem Volk. Die Braut hat sich bereit gemacht, wir nennen uns in Offenbarung 19, Vers 6. Und eine Laubhütte wird zum Schatten vor der Hitze bei Nacht, bei Tag sein und zur Zuflucht und zum Schirm vor Unwetter und Regen. Laubhütte ist ebenfalls ein Hinweis auf den Auszug auszugipten. Und dann kommt jene berühmte Stelle, jenes berühmte Gleichnis, ein Lied, das Jesaja singt, das Ellen White als Einleitung zu ihrem Buch Propheten und Könige ausgelegt hat. Das würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall zu lesen, das auch in Kapitel 23 von Christi Gleichnisse besprochen wird, denn Jesus hat selbst dieses Gleichnis direkt aufgegriffen. In Matthäus 21 dieses Lied und hat selbst dieses Gleichnis dann aktualisiert auf seine Zeit, auf die Pharisäer und Sadduzeer. Wir lesen aber jetzt Jesaja Kapitel 5. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte ein Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Wer ist dieser Geliebte? Es ist der Freund von Jesaja. Es ist sein Freund Gott. Jesaja singt mit poetischen Mitteln, so wie auch schon bei Mose, der auch das Lied des Mose geschrieben hat, über Gott und die Beziehung, die Gott zu seinem Volk hat. Der Weinberg, wie wir schon gesehen haben, ist ein Symbol für Israel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzt ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm nach Ellenweite ein Symbol für das Heiligtum, für den Tempel und hieb auch eine Kälte darin aus und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Gott hat alles getan, was man nur tun konnte für sein Volk im Alten Testament und auch im Neuen Testament und auch in deinem und in meinem Leben und er hofft auf gute Frucht, selbst dann, wenn er es besser weiß. Denn er kennt die Zukunft. Aber die Bibel sagt, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles. Und doch trug er schlechte Früchte, schlechte Trauben und jetzt gibt es einen Perspektivwechsel. In Vers 3 beginnt Gott selbst zu sprechen. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Judah sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Gott sagt, ihr selbst dürft das Urteil fällen zwischen mir und meinem Weinberg. Das ist eine sehr interessante Sache, denn der Weinberg sind sie. Gott hat so viel, Gott weiß, dass er alles richtig gemacht hat, dass er dem Volk überlässt, das Urteil zu sprechen. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug noch schlechte. Gott stellt diese Frage auch dir und mir, was hätte ich noch tun sollen? Damit sagt er mit anderen Worten, ich habe das Beste getan, was ein Gott für dich tun konnte. Glaubst du das? Dass Gott das Allerbeste für dich tut, was ein Allermächtiger Gott tun kann. Das ist der Glaube, den wir brauchen, um in dieser Welt bestehen zu können, weil dann sehen wir, was Gott wirklich für uns tut. Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will den Öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebeten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Es würde diesem Volk schlecht ergehen. Die spezielle Erfüllung sehen wir in 2. Chronik 36, als dann später das Land brachliegt und wüstliegt während des babylonischen Exils. Gott würde seinen Schutz zurückziehen, die Mauer einreißen, der Schutz, der durch sein Gesetz eigentlich das Volk hätte bewahren können vor den Feinden. Dann würden die Feinde kommen und das Volk zertreten. Denn das Haus Israel, jetzt kommt die Auslegung des Gleichnisses, denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscher und die Männer von Judah sind seine Lieblingspflanzung und er hoffte auf Rechtsbruch und siehe da, blutiger Rechtsbruch, auf Geschlechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Eine poetische Wendung hier, die beiden, die Worte sind sehr ähnlich im hebräischen Gott, hat gehofft, dass Gerechtigkeit, dass Früchte der Buße und der Gerechtigkeit sichtbar sind, so wie wir schon gesehen haben. Das Evangelium führt zu Gehorsam. Stattdessen kam genau das Gegenteil und so schließen sich jetzt die Wehrufe an, die sehr markant sind. Vers 8, wehe denen, die ein Haus ans Ante rein, ein Feld zum Anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und die allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Ohren spricht der Herr der Herrscher und für wahr viele Häuser, also die unrechtmäßig hier erworben sind, diesem Raubtierkapitalismus, für wahr viele Häuser sollen öde werden, große und schöne unbewohnt. Denn zehn Jochweinberge werden nur ein Bater geben und einen Homer Samen nur einen Eva erzielen. Das sind also Menschen, die reißen Häuser und Felder an sich und die Häuser werden unbewohnt bleiben und die Felder keinen Ertrag wirklich erzielen. Vers 11, wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, die sich früh am Morgen aufmachen und um berauschenden Getränken nachzujagen, die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt, Zitter und Hafe. Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Hier geht es um diejenigen, die Luxus mehr lieben als Gottes Wort und die sich, am Beispiel hier von Musik, lieber Vergnügen und unterhalten lassen, als sich mit Gottes Wirken und Gottes Wort zu beschäftigen. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Die, die sich in Gelagen vollgeschlagen haben mit Essen und Trinken, werden Durst und Hunger leiden. Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf und hat seinen Rachen über die Maßen weit aufgerissen und ihre Pracht fährt hinunter und ihre Menge samt all ihrem Getümmel und wer in ihr verlockt. So wird der Mensch gebeugt und der Mann gedemütigt und die Augen der Hochmütigen sollen erniedrigt werden und wir nennen uns, ah, das ist genau das, was wir in Kapitel 2 über den Tag des Herrn gelesen haben. Das wird hier wieder aufgegriffen. Aber der Herr, der Herrscher, wird erhaben sein im Gericht und Gott, der Heilige, wird sich als Heilig erweisen in Gerechtigkeit. All diese Sünden, die man sich untereinander angetan hat, die man sich beraubt hat und all die Gleichgültigkeit gegenüber Gott, wird ihr Ende finden bei der Wiederkunft. Und Lämmer werden Weiden auf ihrem Weideplatz und Fremde sich nähren in den verwüsteten Fluren der Fetten. Das Land Israel würde während des Exils von Fremden besiedelt, leer und brach liegen. Weiter, Vers 18, wehe, denen, die ihre Schuld an Lügen stricken, hinter sich her schleppen und die Sünde wie an Wagen seilen. Die sagen, es soll doch eilen. Er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Der Ratlust des Heiligen soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen. Amos hat eine ähnliche Warnung. Er warnt vor denen, die den Tag des Herrn herbei wünschen, weil sie nicht verstehen, dass sie mit Sünde beladen sind. Man kann nur Sünde im Leben tolerieren, wenn man gleichzeitig an Lügen glaubt und so ziehen sie mit Lügen stricken ihre eigene Sünde hinter sich her und glauben, dass sie vorbereitet sind auf den Tag des Herrn und wissen nicht, wie sehr es sie treffen wird. Könnte es auch für uns zutreffen, dass wir Sünde mit Lügen stricken hinter uns her schleppen und hoffen, dass Jesus bald wiederkommt und keine Ahnung haben, ob wir überhaupt darauf vorbereitet sind. Wehe denen, die böses Gute und Gutes Böse nennen, Vers 20, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bittres Süßes und Süßes Bitter nennen immer wieder, beschreibt Ellen White in vielen Abschnitten ihrer Bücher, wie das in der Geschichte passiert ist. Und das ist eine Katastrophe, wenn unser moralischer Maßstab so verkehrt wird, dass wir das Werk Gottes für das Werk Satans halten und das Werk Satans für das Werk Gottes. Es wird am Ende der Zeit passieren, dass Menschen glauben, dass sie Gott einen Gefallen tun, wenn sie die wahren Gläubigen verfolgen. Wehe denen, Vers 21, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständlich halten. Die Sprüche sagen, für jemanden, dem besteht nur wenig Hoffnung. Vers 22, Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschenem Getränk. Hier wird zurückgegriffen auf das, was wir in Vers 11 gesehen haben. Die Bibel spricht davon, wie Alkohol gefährlich ist und warnt vor ihm. Die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes Willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Hier wird jetzt eine Synthese vorgenommen zwischen Vers 11 und Vers 20, in dem Gerechtigkeit verdreht wird unter Alkoholeinfluss und Ellenweit hat dazu auch ganz besonders spezifische Dinge gesagt. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in die Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen, denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscher verworfen und das Wort des Heiligen verachtet. Übrigens gibt es zwei große Menschen in der Bibel, von denen es heißt, dass sie das Gesetz Gottes, das Wort Gottes verachtet haben. Das ist einmal Saul, das ist einmal David. Das zeigt uns, dass selbst wenn das passiert ist, es immer zwei Möglichkeiten gibt, dabei zu bleiben und verloren zu gehen oder umzukehren, dem Wirken des Heiligen Geistes nachzugeben, das was hier sei, er die ganze Zeit versucht, dem Volk nahe zu bringen und dann gereinigt zu werden durch das Blut, das Jesus am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Vers 25, darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk ein Brand und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und hat sie geschlagen, wir haben schon in Kapitel 1 gesehen, wie es dem Volk schlimmer ging, dass die Berger beten und ihre Leichname wie Kot auf den Straßen liegen, lagen, bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. und das ist eine sehr ernste Situation, denn Jesaja sagt, das ist nicht einfach ein temporäres Gericht, wo Gott einmal straft und dann sein Zorn sich bald wendet, das ist ernsthaft. Der Zorn Gottes ist nicht abgewandt. Später noch im Exil betet Daniel, dass Gott seinen Zorn abwendet und wie wird sich dieser Zorn ausdrücken? Wir lesen ab Vers 26 und er wird für die Heiden in der Ferne einen Kriegsbanner aufrichten und ein Volk vom Ende der Erde herbeipfeifen und siehe, es wird schnell und einens kommen, die Beschreibung, die jetzt kommt, endet so ein bisschen auch an das, was wir in Joel Kapitel 2 finden über den Tag des Herrn. Unter ihnen wird kein Müder und kein Strauchelnder, keiner schlummert oder ihnen ist kein Müder und kein Strauchelnder, keiner schlummert und keiner schläft. Keinem geht der Gurt seiner Lenden auf, keinem zerreißt ein Riemen seiner Schuhe. Diese heidnische Armee, die hier angekündigt wird, die auch schon Mose angekündigt hat in 5. Mose 28, dass solche feindlichen Invasionen kommen würden, wenn man fortgesetzt dem Wort Gottes sich entgegenstellen würde. Diese feindliche Invasion wäre ungebremst, sie würde ungehindert kommen. Geradeaus würden diese Feinde das Land erobern. Seine Feinde sind geschärft und alle seine Bogen gespannt. Die Hufe seiner Rosse sind wie Kieselsteine anzusehen und seine Wagenräder wie ein Sturm. Die militärische Macht wird überwältigend sein. Es gibt ein Gebrüll von sich wie eine Löwen. Es brüllt wie die jungen Löwen. Es knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit und kein Retter ist da. Diese Feinde würden Menschen sein, deren jeder Satan regiert. Und es wird über ihm brausen an jenem Tag wie Meeresbrausen. Schaut man aber zur Erde, siehe, so ist da dichte Finsternis. Auch das Licht wird durch ihr Wölk verdunkelt. Für diejenigen, die an der Sünde festhalten, die denken, naja, es wird schon nicht so schlimm werden, hat Jesaja keinen Hoffnungsschimmer. Nur für diejenigen, die ihre Sünde einsehen, die aufhören, Böses zu tun, die sich zu Gott wenden, für die gilt die Einladung. Für jeden, der das möchte, kommt. Wir wollen miteinander rechnen. Wenn eure Sünden, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß wie der Schnee, wenn sie rot sind wie Kamesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du jetzt zu Jesus kommen und alle deine Sünden ihm geben. Ganz egal, ob du schon längst ein Glied der Gemeinde bist oder religiöse Überzeugungen hast, diese Botschaft ging an Menschen, die dachten, dass sie Gott wohlgefällig sind, weil sie am Sabbat Opfer brachten. Aber in ihrem Herzen waren sie nicht vorbereitet auf den Tag des Herrn. Bist du vorbereitet auf den Tag des Herrn? Das Gericht, das jetzt im Himmel ergeht, möchte Gottes Gemeinde wiederherstellen. Und der Spross, dessen Frucht schön und heilig sein wird, Jesus Christus, sammelt jetzt seine Übrigen, die Übriggelassenen, den Überrest, die mit ihm auf dem Berg ziehe und stehen werden, mit den 144.000. Und dann, wenn der laute Ruf ergeht, wenn die Gemeinde wiederhergestellt ist, in ihrem vollen Glanz, wie Gott es sich wünscht, werden Menschen aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen sich dorthin begeben, weil sie das Wort Gottes verstehen möchten und Gott sie dorthin zieht. Und dann wird die Erde erleuchtet werden mit der Herrlichkeit des vierten Engels aus Offenbarung 18. Es ist dein Wunsch, bei dieser Bewegung dabei zu sein. Dann lass uns heute zu Gott kommen, zu Jesus kommen, egal wie scharlachrot unsere Sünde ist. Und lass uns ihn bitten, dass er uns ganz reinwäscht, so wie er es versprochen hat. Lass uns gemeinsam noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast, dass das Buch Jesaja eine Botschaft für uns zur Zeit hat. und wir möchten dich bitten, dass du uns reinwäscht von allem, was uns von dir trennt und dass wir weiß gemacht werden, weißer als der Schnee, so wie David betet und wie Jesaja es verheißt, weil du es verheißen hast. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Nächste Woche sehen wir uns wieder hier, dann werden wir uns Kapitel 6 bis 10 anschauen. Bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen. Schaut ins Sendemanuskript, studiert Isaiah selbst für euch ein bisschen weiter. Bis dahin Gottes Segen und für Freude im Studium seines Wortes. Amen. Geisha Pauline Johannes Jaan mit Handels Alles bersきます Wenn es zu um